jo leute was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf krypto an der hier ist wir schon einmal rein leute xrp heute bei 1.26 also auf jeden fall wieder stabil geblieben wir haben ein paar gainer hier 10 11 12 13 prozent die top gainer sehr sehr cool aber bitcoin ist ganz knapp über 50.000 wir schauen mal diesmal halten können wird auf jeden fall spannend ob dann entsprechend der point weiter steigen kann bevor wir das video rein starten leute bitte vergessen nicht diesen kanal zu abonnieren und dem video daumen nach oben zu geben ihr wisst für euch eine sekunde aufwand aber ihr helft mir insgesamt sehr viel zu wachsen auf youtube von daher vielen vielen dank dafür dafür schauen wir einmal rein der 4 und greed index für heute einmal now 73 greed also viele leute kaufen noch und vielleicht wird diese kaufkraft ja jetzt auch mal reichen um bitcoin dann über 50.000 zu halten als erstes kommt der tweet vom 360 trader er sagt hier xrp der richtige move wird kommen also wir sehen hier auf jeden fall der peak und dann immer der abfall sagt der anstieg der abfall in dieser range hier wir sehen hier den charten all time high es geht runter all time low wieder höher ein bisschen höher als all time low und dann in zwei wellen wieder hoch hier wieder runter bam 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 konsolidieren eine welle hoch bisschen konsolidieren wieder hoch wenn man jetzt also den größeren chart hier entsprechend ansieht dann spricht das schon eine ganz deutliche sprache und genau das ist im endeffekt jetzt hier die jahres charts das könnte jetzt so der ein zwei jahres time frame sein dann sehen wir hier den toppreis weist er hier ungefähr mit so 300 dollar aus also das wäre natürlich sehr sehr nice dann haben wir noch eine chartanalyse vom dark defender er hat hier einmal auch das ganze aufgeschlüsselt hier unten sehen wir dann diese support line oder die trendlinie in den technischen analysen arbeitet man da ja entsprechend immer mit trendlinien das heißt man kann dann mal sehen okay meistens prallt das dann an dieser trendlinie wieder ab weil da die der support quasi so groß ist dass dann da leute wieder nachkaufen und natürlich gibt es auf dem weg viel viele schwankungen leute die profite mitnehmen aber natürlich kann man schon diesen allgemeinen trend im endeffekt hier erkennen wir haben hier also die drei abprallern von hier von hier von hier dann geht es hoch über ein bisschen zeitspann wieder runter wieder hoch und müssen jetzt gerade auch hier entsprechend wo es abprallt das heißt er sagt hier wir könnten jetzt hoch gehen erstens die all time loss sind die linie für die resistance also höhere tiefs quasi der vier stunden chart zeigt dass hier ganz gut dass hier der vier stunden chart und entsprechend könnte es dann hier hoch gehen jetzt den nächsten ein zwei drei tagen er sagt hier zweite welle könnte uns bei 133 ungefähr landen das fibonacci level ist bei 161 und dann wird die 135 wieder getestet und dann geht es auf 150 so interpretiert der dark defender das ganze hier dann geht es weiter von john e deaton er hat hier noch einmal einen interessanten beitrag zu der ganzen rippel sec sache und zwar schreibt er hier dass die sec anwälte darüber den richter quasi darüber belehrt haben dass sie denken dass xrp keinen richtigen nutzen hätte im sinne von utility also dass jetzt zumindest anzweifeln dass es das hat und hier sieht man einmal wie diese utility aussehen kann weil es ja auch immer leute gibt die xrp deswegen hat quasi faden aber hier hat einfach michael errington einmal gesagt wir haben gerade 50 millionen dollar in xrp zwischen zwei firmen oder innerhalb unserer firma verschoben in zwei sekunden und es hat uns 30 cent gekostet es gibt keinen weg wie man das mit papiergeld oder bitcoin machen kann und das ist im endeffekt wirklich die utility also der nutzen von xrp gerade cross border payments könnte man natürlich auch noch einführen aber auch einfach dieses hin und her schicken von punkt a nach punkt b einfach in zwei sekunden also das merkst du ja im endeffekt bei normalen investitionen nicht wenn du irgendwas kaufst ob das jetzt eine sekunde oder zwei sekunden dauert bei sehr sehr vielen transaktionen ist das schon ein sehr großer unterschied aber jetzt gerade bei dieser firma hier die haben 50 millionen dollar verschoben und das ist ja gerade für banken und so weiter das tägliche geschäft und es hat nur zwei sekunden gedauert und 30 cent gekostet das mit bitcoin oder fiat geld zu machen ist nicht möglich weiter geht es hier von anders l er zieht eine verbindung zwischen den auszahlungen an jet mccallop von ripple und einem möglichen settlement er sagt hier dass er es nicht als zufall empfinden kann dass xrp jetzt am ersten september jetzt vor vier tagen quasi aufgehört hat die ganzen sachen zu verschieben auf den tako stand und dass er vier tage vorher aufgehört hat zu verkaufen also entsprechend hier verschiedene gerüchte über eine mögliche beilegung der klage könnte natürlich nun zufall sein aber es wundert ihn schon sehr und da könnte natürlich was dran sein dann geht es weiter vom xrp crow er sagt hier ripple swell global 2021 also ein event von ripple 9 bis 10 november diesen jahres kann man sich schon anmelden gibt es ein event eine konferenz um das ganze noch mal zu untermauern was wir gerade bei der chartanalyse gesehen haben hier noch einmal vom xrp kryptowulf und er hat hier einen artikel vom cointelegraph in dem entsprechend aufgezeigt wird dass das nächste ziel kursziel quasi 150 ist bei xrp hier haben wir einmal den entsprechenden chart dazu dann geht es weiter von james rule xrp er sagt hier erinnert ihr euch noch an den crypto halb 2017 2018 in 2021 gibt es eine neue ära der digitalen ökonomie wir sehen hier wie das bei der echten welt quasi umgesetzt wird also die real world adoption 2017 bis 2018 war ein kindergarten dagegen und hier haben wir dann einmal xrp beim preis von 250 sagt er hier in dem bull run quasi der war es auf platz zwei und so wird entsprechend meiner meinung nach auch noch mal laufen dann geht es noch mal weiter vom xrp crow und er hat hier geschrieben dass xrp community poster nummer 10 ist live es hat vor drei jahren angefangen und die poster wurden erstellt also die feiern jetzt die zehnte version kann man auf jeden fall kaufen wenn man das als kleines andenken haben will an diese community und ich bin mir recht sicher dass es nächstes jahr auch wieder eine version geben wird und da kann man sich auch bewerben schon für das elfte plakat quasi wenn ihr da interesse habt und vielleicht auf twitter irgendwo im space seiten als youtuber wird man da jetzt eher schwer angenommen wenn man da so guckt dann sind das schon eher die großen player drin also variable bull oder auch hier blockchain baker meiner meinung nach crypto weil denn alles sehr gute kanäle natürlich alles auf englisch aber trotzdem kann ganz cool sein wenn man bock hat sich das so nach quasi in sein haus zu hängen und da entsprechend sondern keine erinnerung an diese ganze zeit hier zu haben auch wahrscheinlich wenn xrp abgehen sollte oder man so einen kleinen reminder hat so auch das war diese zeit durch welche phasen man da gegangen ist in dem man xrp gehalten hat quasi dann geht es weiter vom cointelegraph noch mit einem weiteren artikel der xrp prozess ripple muss eine million fehlende slack nachrichten vorbringen da schauen wir mal den artikel rein und der letzte tweet für heute kommt von status.hr dort kann man viele grafiken finden die sich so rund um xrp und den ganzen space ranken und dort finden wir auf jeden fall viele solcher kleineren fakten hier geht es einmal darum wie die verteilung der xrp halter gesehen auf die gesamtbevölkerung ist denn hier steht nur 0,025 aller menschen sind in xrp investiert sehr interessant also dass wir hier nur zwei millionen erhalter haben oder menschen haben die dort investiert sind klar muss man gucken okay es gibt immer noch leute die mehrere wallets haben ich bin mir schon sicher dass viele von euch da mehrere haben werden mindestens 23 wenn man das also auf alle paypal user 310 millionen aufteilen würde gäbe es 322 xrp für jeden kann man jetzt ja mal so ein bisschen für sich selbst ausrechnen wie viel ihr habt und wie viel dort also übrig bleiben würden angenommen beispielsweise man hat jetzt 1000 stück dann werden ja schon drei konten theoretisch von eurem xrp supply abgedeckt das wäre auf jeden fall schon ein enormer vorteil aber generell ging es mir noch mal darum zu sagen dass wir immer noch sehr sehr früh sind in dem ganzen space ich habe mich auf jeden fall gefreut dass heute mit dabei war und ich hoffe mal wir sehen uns auch morgen um 18 uhr wieder haut rein leute ciao ciao ciao